Hallo, in diesem Video möchte ich mich mal an der Lösung dieser Aufgabe hier versuchen. Nicht so ganz direkt zu Netzwerkberechnungen, sondern eher zu Feldern. Auch eine Aufgabe, die mir ein Stellung per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Es geht um das Magnetfeld einer Freileitung. Ich kann mal so ein ganz bisschen reinzoomen. Also wir haben drei Freileitungen oder eine Freileitung, die aus drei Leitern besteht. So ist es vielleicht besser formuliert und die werden von verschiedenen Strömen durchflossen, nämlich 20 Ampere, 30 Ampere, 57 Ampere, wo auch immer diese Werte herkommen. Und naja, die 20 und 30 Ampere fließen in die eine Richtung, die 57 Ampere fließen in die andere Richtung zurück. Jetzt kann man sich fragen, okay, wenn 50 Ampere hinfließen und 7 Ampere zurückfließen, wo kommen diese 7 Ampere her? Das weiß kein Mensch. Die kommen da einfach irgendwie so dazu. Also das erfüllt hier auf jeden Fall keinen Knotensatz oder keine Stromsumme an der Stelle. Und hier sind so ein paar Abmessungen gegeben. Also der horizontale Abstand hier, das soll 60 Zentimeter sein, der vertikale Abstand 40 Zentimeter. Und dann gibt es einen Punkt P, der auf halber Strecke zwischen den Leitern liegt, also in einer Höhe von 20 Zentimetern, wenn man so will. Und jetzt sind verschiedene Sachen gefragt, nämlich berechnen Sie die Beträge der von den drei Leitern im Punkt P erzeugten magnetischen Feldstärken, Heinz A2H3. Also wie groß ist einfach die Magnetfeldstärke als Betrag? Kommt es überhaupt noch nicht auf die Richtung an? So, und dann soll man die zeichnen, maßstäblich, das soll einem wahrscheinlich schon so ein bisschen in die richtige Richtung stupsen, weil man dann die resultierende magnetische Feldstärke zeichnen soll. Und ich würde jetzt behaupten, ich würde die auch einfach mal ausrechnen, so schwierig kann das nicht sein. Aber, tja, auf jeden Fall soll das hier gezeichnet werden. Und letztendlich ist das ein bisschen so wie ein Zeigerbild mit realen und imaginierten, mit komplexen Größen. Hier machen wir es jetzt eben mit Vektoren, zweidimensionalen Vektoren in der Ebene. Und da ist ein Maßstab gegeben. Ja, mal gucken, ob ich mich jetzt am Computer an ihn halten kann. Weiß ich nicht. So, und dann sollen noch in Aufgabenteil D und E Kräfte berechnet werden, nämlich welche Kraft übt der Leiter auf 1 auf den Leiter 2 aus und der Leiter 3 auf 2. Also die Kräfte zwischen 1 und 2 und zwischen 3 und 2 auf 1 Meter Länge. Die sind dann hier mit F bezeichnet. So, also wie so üblich kopiere ich das mal alles, füge das mal in mein Zeichenprogramm ein. Dann ist das zum Glück auch schon so hier reingezoomt, dass das ganz gut auf das Blatt passt. Und fange mal an, vielleicht mit einem Sporzenstift für diesen Aufgabenteil A. Hier so ein bisschen was hinzuschreiben. Und das, was wir jetzt auf jeden Fall für Aufgabenteil A brauchen, die Beträge der Leiter. Ich habe mal hier so ein bisschen die entsprechenden Wikipedia-Seiten rausgesucht. Das Amperische Gesetz, wenn man so will, also es sagt, so ein Ringintegral um ein Leiter ringsherum über die magnetische Feldstärke ergibt. Den Strom, der da fließt oder das Kurvenintegral. Und das kann man dann natürlich im Prinzip, den Strom wissen wir jetzt, das kann man in Richtung dieser magnetischen Feldstärke umstellen. Und wenn man das noch mit Mühe, mit der Permeabilität des Freiraumes oder des Raumes da multipliziert, kommt eben die magnetische Flussdichte bei raus. Und so ein bisschen umgestellt schon ist das beim Bio-Servoir-Gesetz dann. Das ist dann aber so ein kleiner Nachteil in den ganzen Wikipedia-Artikeln. Manchmal sind die dann wirklich schon arg kompliziert für die einfachen Aufgabenfälle, die man eigentlich berechnen wollte. Also wir haben hier so einen unendlich langen, geraden Linienleiter und da kommt das B raus mit einem µ. Wenn wir das µ weglassen, dann kommt da einfach die magnetische Feldstärke H raus in Ampere pro Meter. Und I ist der Strom, 2 mal Pi ist 2 mal Pi und das Rho hier ist, das steht irgendwo hier auch so drin, in Zylinderkoordinaten. Das ist im Prinzip der Abstand, wie weit sind wir von dem Leiter weg. Und dieser Einheitsvektor Phi, der, also hier ist das sehr schön dargestellt, rechte Handregel, hinter meinem Kopf ist verborgen gerade noch. Also wenn ein Strom, positiver Strom nach oben fließt, dann gibt es ein Magnetfeld eben so in Ringform um den Leiter ringsherum. Und das entspricht genau, wenn der Daumen, das kann man auch so schön machen, wenn der Daumen nach oben zeigt hier in dem Fall und dem Strom entspricht, dann ist so wie die Hand, so wie die Finger der Hand gedreht sind an der rechten Hand, das ist dann genau die Richtung des Magnetfeldes. So, also eigentlich brauchen wir jetzt nur diesen Abstand hier, sagt uns jetzt das ganze Teil. Also wir brauchen jetzt letztendlich, wenn ich das mal einzeichne, vielleicht mal in einer anderen Farbe, die hier nicht so dick aufträgt. Also wir bräuchten jetzt diesen Abstand hier, den nenne ich mal R1 und dann bräuchten wir diesen Abstand hier, den nenne ich mal R2 und wir bräuchten vor allem auch noch diesen diagonalen Abstand hier und den nenne ich mal R3. Das sind die drei Abstände, die wir jetzt brauchen und die rechne ich jetzt erstmal aus. Also R1 ist relativ einfach, das ist einfach 40 cm halbe Strecke, das sind 20 cm, ich schreibe da mal 0,2 m. So, den Abstand R2, der ist genauso groß, weil halbe Strecke, 0,2 m und den Abstand R3, das ist ja die Diagonale, die Hypotenuse in diesem rechtwinkligen Dreieck, da hilft uns der Satz des Pythagoras und da brauchen wir den horizontalen Abstand, das sind 0,6 m zum Quadrat und dann brauchen wir noch den vertikalen Abstand, das sind 0,2 m zum Quadrat. Dann muss die Klammer hier noch ein ganz bisschen was länger werden. So, und das rechne ich mal wieder in einer Zahlenrechnung in Octave aus. Ähm, jetzt kriege ich das Fensterchen wieder nicht klein, das ist wieder sehr fies. Fenster Layout auf Grundeinstellung zurücksetzen, das hilft wohl irgendwie immer. So, also ich brauche diese Werte, ich brauche R1, das sind 0,2 m, ich brauche R2, das sind auch 0,2 m und ich brauche R3, das ist die Wurzel von 0,6 zum Quadrat plus 0,2 zum Quadrat. Und, tja, da sollten jetzt 0,6 irgendwas rauskommen, ähm, kommt auch so in dem Dreh was raus. So, und damit kann ich jetzt einfach die Träge ausrechnen der magnetischen Feldstärke, nämlich, so wie das gerade auf dem, auf der Wikipedia-Seite stand, mit dieser Formel hier, ohne das µ kriege ich das H raus, also H, ähm, kann ich vielleicht hier neben schreiben, ganz allgemein, also H ergibt sich einfach aus dem Strom geteilt durch 2 mal Pi mal dieser Abstand. Ähm, und das muss ich jetzt eben für I1, R1, kriege ich ein H1 raus, also kann ich ja mal so einmal andeuten, und für die anderen, ähm, Magnetfelder funktioniert das dann genauso. So, also rechne ich das mal in Octave aus, indem ich erst mal die Ströme übernehme, also der Strom I1, das sollten 20 Ampere sein, der Strom I2, das sollen 30 Ampere sein, der Strom I3, das sind 57 Ampere. Ja, und dann kann ich jetzt ein H1 ausrechnen, das ergibt sich aus dem I1 geteilt durch 2 mal Pi mal R1, und 2 mal Pi mal R1, äh, nebenbei merkt, das ist natürlich genau der Umfang von diesem Kreis, den wir hier gerade, ähm, gesehen haben, hier an der Seite. Ja, also der, die Magnetfeldlinien bilden einen Kreis, und der Umfang dieses Kreises, das sind genau die 2 Pi R. So, und dann kommt ein H1 raus, und da ich jetzt, also eine magnetische Feldstärke an diesem Punkt P erzeugt durch den Strom I1, und weil ich den Strom in Ampere eingesetzt habe, und den Abstand, hier den Radius in Meter, kommt da auch was raus in Ampere pro Meter. Also 15,9, das kann ich gleich mal abschreiben, ich mache das mal noch für H2, mit, ähm, I2 und R2, dann ist das ein bisschen mehr, weil da ist ja mehr Strom da, und der gleiche Abstand, wenn ich das für H3 mache, dann, tja, schwer zu sagen, dann ist das ja nochmal mehr Strom, aber mehr Abstand, also irgendwann, wahrscheinlich kommt da was in der ähnlichen Größenordnung raus, ähm, ja, 14, irgendwas. So, also 15,9, 15,9 Ampere pro Meter für das Feld, für die magnetische Feldstärke, ähm, von dem ersten Leiter. H2 war ja mehr, war sozusagen 1,5 mal so viel, Das waren 23,8 Ampere pro Meter, und H3, und hier oben müsste ich mal noch hinschreiben, wie groß dieser Abstand war, der Vollständigkeit halber, das waren 63,25 Zentimeter, oder 0,3625 Meter, und H3, das waren 14,3 Ampere pro Meter. So, und jetzt soll man das ja, äh, mit einem Zentimeter, ähm, Maßstab zeichnen, vielleicht eventuell sogar in diese Skizze hier rein, ich weiß es nicht. Ähm, also, tja, das heißt, das wären, das entsprechen ja dann, ähm, eben 1,6 Zentimeter, das entspräche 2,4 Zentimeter, wenn ich das jetzt mal gleich auf Millimeter runde, und das entspräche eben, ähm, 1,4 Zentimeter, ja, und dann sieht man, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß in der Skizze. So, und, ähm, um das jetzt vielleicht ein bisschen größer und toller zu zeichnen, also nehme ich mir mal diese Skizze hier nochmal raus, ähm, aus dem Bild, das wollte ich jetzt, glaube ich, nicht, also ich will die Skizze haben, nur die Skizze, und die will ich jetzt mir größer kopieren und hier einfügen, um Teil B zu lösen, um zu gucken, ähm, kann ich, glaube ich, ruhig relativ groß machen, also, was hier in Teil B passiert, das mache ich jetzt mal in grün, also, zeichnen Sie maßstäblich die drei Vektoren, H1, H2, H3, und so weiter, in diesem Punkt. Gut, so, und, ähm, tja, jetzt muss man sich, jetzt kann man sich wieder diese Skizze hier anschauen, ähm, rechte Handregel, ne, ähm, also, wenn hier der Strom in, in die Tafel, in die Projektionsfläche reinfließt, also, die rechte Handregel sieht immer zu toll aus, ähm, dann geht das ja hier oben nach rechts und hier unten nach links, also, müsste ich jetzt H1 einzeichnen in diese Richtung, ja, und irgendwie 1,6 Zentimeter lang, wie lang auch immer das jetzt ist, also, ich mache das mal, keine Ahnung, so lang, das soll jetzt, das soll jetzt H1 sein, und ich mache mal einen Strich drüber, weil das ein Vektor ist, ja, rechte Handregel, hier oben zeigt das Feld in die Richtung, so rumdreht, so rumdreht der Kreis, im Uhrzeigersinn, so, und hier unten fließt der Strom in die gleiche Richtung, also, das heißt, hier dreht das Magnetfeld sich auch im Uhrzeigersinn, entsprechend der rechten Handregel, das heißt, diese magnetische, flustige, äh, Feldstärke, die zeigt genau in die entgegengesetzte Richtung, die muss jetzt 1,5 mal so lang sein, die muss länger sein, das waren 1,6, das muss jetzt 2,4, also, keine Ahnung, bis hier sind 1,6, nochmal 1,5 mal so lang, ähm, nochmal 1,5 mal so lang dran, dann würde ich sagen, ist das H2 als Vektor und zeigt eben nach rechts, ähm, entsprechend der rechten Handregel, entsprechend der Stromrichtung, so, und hier fließt der Strom jetzt aus der Projektionsebene, aus der Tafel-Ebene raus, das heißt, hier dreht das Magnetfeld sich entgegen des Uhrzeigersinns, und das zeigt jetzt hier natürlich so nach unten, ne, also, ich müsste jetzt wieder hier diese Diagonale einzeichnen, ich deute die mal an, und jetzt muss das Magnetfeld hier senkrecht auf dieser Diagonale zeigen, und eben entsprechend der rechten Handregel sich nach unten drehen, und das muss jetzt ein bisschen kürzer sein als dieser Zeiger, also, wenn man Lineal hat und Winkelmesser und so, da kann man das alles ganz wunderbar einzeichnen, äh, ein bisschen kürzer, behaupte ich mal, könnte ungefähr so sein, das ist H3 nicht komplex, sondern mit Strich drüber als Pfeil, und hier zwischen gibt es einen rechten Winkel. So, das sind die drei Magnetfelder, einfach so maßstäblich eingezeichnet im Punkt P, Aufgabe abgeakt. Dann nehme ich mal blau als Farbe für den Aufgabenteil C, denn jetzt soll man in derselben Zeichnung die resultierende magnetische Feldstärke hinzeichnen, und diese resultierende magnetische Feldstärke, die ergibt sich natürlich einfach als Summe der drei Feldstärken, also H1 plus H2 plus H3 als Vektor aufgeschrieben. Und, tja, wie macht man jetzt diese, ähm, diese Vektoraddition? Die kann man so machen, indem man einfach immer die, ähm, Vektoren aneinander packt. Also, an das Ende von dem Vektor H1 würde ich jetzt den Vektor H2 dran packen. Der ist ja, der zeigt in die entgegengesetzte Richtung und ist ein bisschen länger. Also, ich muss, der ist eineinhalbmal so lang, ne, weil der Strom eineinhalbmal so groß ist. Also, wenn hier ungefähr die Hälfte ist, muss ich hier ungefähr bei dem so auf so ein Drittel rauskommen. Also, wenn ich H1 plus H2 rechne, müsste ich ungefähr hier rauskommen. Das ist schon mal H1 plus H2. Und jetzt muss ich an das Ende, ähm, ich schreibe das mal so dran, das ist hier H1 plus H2. Das sind erstmal nur die beiden addiert. Und jetzt muss ich da noch den H3 dran packen, indem ich den jetzt einfach hier so nehme, wie er ist, und den parallel verschiebe. Und der ist mir vielleicht ein bisschen zu lang geraten beim ersten Mal. So sieht es besser aus, ne? Also, ich nehme ihn jetzt aus dem Koordinatenursprung raus und verschiebe ihn einfach ans Ende hier ran. Und dann ist, tja, das jetzt hier nochmal H3. Und jetzt nehme ich nochmal eine andere Farbe und eine schöne dicke und gut sichtbare Farbe und hier so einen dicken Textmarker und zeichne jetzt mal das resultierende Feld ein, das Gesamtfeld. dann ist das hier HG, so wie das in der Aufgabe bezeichnet wurde, die Gesamtfeldstärke, die sich aus der Summe, aus der Überlagerung als resultierende magnetische Feldstärke ergibt. So, und naja, die würde ich jetzt mal vielleicht tatsächlich, um mal zu gucken, ob das so passt. Also, da sieht man, die müsste jetzt eine, wenn wir jetzt so ein Koordinatensystem uns denken, das ist ja auch schon hier eingezeichnet, mit X und Y, ne? Dann müsste die sozusagen eine kleine positive X-Komponente und eine demgegenüber relativ große negative Y-Komponente haben. Und, ähm, tja, das würde ich jetzt mal ganz gern nochmal in Octave ausrechnen. und zwar, ähm, also bei H1 ist es ja relativ einfach, wenn ich jetzt mal H1 mir als so ein Vektor baue, dann hat H1 eben, ähm, wenn ich jetzt einfach die Skizze hier abtippe, an der Stelle, eine negative X-Komponente, keine Y-Komponente. Also, ähm, da steckt ein negatives H1 drin, als X-Komponente, Null als Y. So, und dann brauche ich hier keine runden Klammern, ich brauche eckige Klammern. Wenn ich das richtig wie so ein Spaltenvektor schreiben will, dann mache ich das vielleicht so. Also, das ist H1 als Vektor mit einer X- und einer Y-Komponente. Wenn ich das mit dem Vektor H2 mache, ist das genau das Gleiche, bloß, dass der X-Anteil positiv ist. So, und das mal einfach. Bei dem Vektor H3 wird es jetzt ein bisschen komplizierter, weil man natürlich über diese Winkel hier nachdenken muss. Und, ähm, tja, aus den Winkeln wieder kathesische Komponenten, X- und Y-Komponenten ausrechnen muss. Und um jetzt über diese Winkel nachzudenken, ist es eigentlich schlau, sich hier nochmal, ich nehme mal vielleicht Grau als Farbe, weil das so ein bisschen zu dieser Skizze passt, ähm, also sich hier nochmal ein paar, paar, paar Winkel einzuzeichnen. Und zwar, wenn ich mal hier die positive X-Achse so ein bisschen verlängere, ja, dann können wir erst mal relativ einfach diesen Winkel hier ausrechnen, den nenne ich mal Phi. Und zwar, ähm, weiß nicht, Phi, Phi, oder Phi 3 oder sowas, ähm, also vielleicht, weil das der, Phi 3, weil das der Winkel ist von diesem Leiter 3 zu diesem Punkt. So, und da kommt dieser, da kommt dann dieser Winkel bei raus, ne, der hier so nach oben, der wenn ich diese, diese Diagonale oder diese Schräge nochmal so ein bisschen verlängere, der in diese Richtung zeigt. So, und jetzt, ähm, kommt auf den Winkel, jetzt interessiert mich ja eigentlich nicht dieser Winkel, sondern jetzt interessiert mich der, der hier um 90 Grad verdreht, nochmal nach unten zeigt. Also auf diesen Winkel, ne, das muss jetzt irgendwas sein zwischen 90 und 180, also vielleicht so 120 oder sowas. Auf diese 120 Grad muss ich jetzt nochmal 90 drauf addieren, damit dieser Winkel rauskommt, der hier nach unten zeigt. so, und also ich rechne jetzt erstmal Phi 3 aus und dann rechne ich ja 90 Grad drauf, dann sollte dieser Winkel rauskommen und dann brauchen wir von diesem Winkel wieder die x- und y-Komponenten. Und, tja, also da kann man sich so eine ganz allgemeine Skizze machen, so wie eben die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus am Einheitskreis definiert sind. Ja, wenn ich hier so einen Einheitskreis habe und ich zeichne mal nur so ein Viertel davon und zeichne irgendwie so einen Winkel ein, dann ist immer dieser Abschnitt hier, also wenn das der Winkel ist, ähm, den nenne ich mal Alpha, um das nicht mit dem 4 zu verwechseln, dann ist genau dieser horizontale Abschnitt hier, ich zeichne das nur hier hinten ein, das ist, ähm, der, halt, das ist genau der Kosinus von Alpha und ja, vertikale hier, das ist genau der Sinus von Alpha. Ähm, ja, kann man sich überlegen, wenn der Winkel 0 ist, der Sinus von 0 ist 0, wenn der Winkel 0 ist, der Kosinus von 0 ist 1 und dann geht das hier so weiter und dreht das so ringsherum. Also wir brauchen jetzt den Winkel, dann rechnen wir 90 Grad dazu, dann setzen wir das in Sinus und Kosinus ein, dann sollten wir genau die Komponenten von dem H3 hier rausbekommen. Also ausprobiert, ähm, den, ja, ach so, und den Winkel, wie kriege ich jetzt den Winkel raus, ist ja auch noch eine Frage, mit der Tangensfunktion, mit der Arcus-Tangensfunktion. Und, ja, weil der horizontale Anteil hier negativ ist, muss ja ein Winkel schon rauskommen, wie besprochen, zwischen 90 Grad und 180 Grad. Die normale Tangensfunktion hat aber nur einen Wertebereich von minus 90 bis plus 90 Grad. Also ich brauche, dafür gibt es in, äh, gibt es eine Lösung und die Lösung nennt sich Arcus-Tangens-2-Funktion, die nehme ich jetzt mal hier, ja, und die funktioniert so, man gibt dir einen y-Wert und einen x-Wert und dann kriegt man einen Winkel zurück. Also, den Winkel phi 3 kriege ich raus, indem ich in dieser Arcus-Tangens-Funktion jetzt unseren y-Wert einsetze, das ist der, der hier oben steht, 0,2 und den x-Wert einsetze, 0,6 Meter, aber negativ, ne, weil das zeigt ja eine negative x-Richtung. Also, y ist 0,2, x ist minus 0,6 und dann liefert mir die Arcus-Tangens-2-Funktion, was in, im Bogenmaß ein Radiant zurück, wenn ich das ins Gradmaß umrechnen will, muss ich mal 180 durch pi rechnen und dann sollte da jetzt ein Winkel rauskommen, eben so um die 120 Grad und, ähm, also nicht, ja, und dann sehe ich schon, mein Knick in der Optik hat mich wieder betrogen, es ist ja viel dichter hier dran, also 120 wäre irgendwie nach oben, ne, 160 ist schon besser, passt auch eindeutig besser zur Skizze. So, und auf diesen Winkel, hier wollte ich ja eigentlich phi 3 nennen, ähm, auf diesen Winkel muss ich jetzt nochmal 90 Grad dazu tun, und dann muss ich von dem den Sinus- und Kosinus-Anteil ausrechnen, ja, und das ergibt mir genau diese Vektoren, ähm, Komponenten, die kartesischen Komponenten, also der H3-Vektor, für den muss ich jetzt das H3 nehmen und in dem X-Anteil muss drinstehen, der Kosinus von phi 3, nochmal plus die 90 Grad gedreht, ja, und, ähm, tja, und diesen Winkel hier, den muss ich jetzt wieder nehmen und vom Gradmaß ins Bogenmaß umrechnen, also ich rechne durch 180 mal Pi und das gleiche mache ich jetzt hier, dummerweise kann ich das nicht kopieren, so richtig schön, also muss ich das nochmal abtippen, der Sinus von phi 3 plus 90 Grad durch 180 mal Pi ins Bogenmaß umgerechnet in die Sinusfunktion zu, so, wenn ich das jetzt ausrechne, dann sollte da eben ein, dann sollte dieser Vektor hier rauskommen als Komponenten, also es sollte was Negatives in X-Richtung rauskommen und was Negatives in Y-Richtung ist, in Y-Richtung sollte aber deutlich größer sein und die beiden Komponenten zusammen sollten wir diese 14,3 ergeben, also probieren wir das mal aus, so, Ergebnis ist hier zu sehen, also was Negatives in X, was Negatives in Y, was aber deutlich größer ist und wenn ich jetzt das hier nehme, quadriere, das hier nehme, quadriere, davon die Wurzel ziehe, dann sollten da wieder genau diese 14,33 hier von vorher rauskommen, so als Probe und das passiert auch, also ganz fantastisch, so, und jetzt kann ich eben das HG oder Groß G, keine Ahnung, H Gesamt als Vektor eben ausrechne, nämlich einfach das H1 Vektor nehme plus das H2 Vektor rechne plus das H3 Vektor rechne und das ist genau das, was ich vorher eben hier schon gezeichnet habe, konstruiert habe, als einfach Summe dieser drei Vektoren grafisch und ja, wie schon gesagt, da sollte jetzt was rauskommen, was eine positive X-Komponente hat und eine demgegenüber deutlich größere negative Y-Komponente und das ist genau das, was wir hier sehen und von dem könnte man jetzt auch noch den Betrag bestimmen, indem ich wieder das quadriere, das quadriere, ich kann auch einfach glaube ich sowas machen wie ABS von HG Vektor, das sollte mir auch einen Betrag ausrechnen, ne, macht es aber nicht, da muss ich da glaube ich eine Norm oder sowas verwenden, genau, so, und dann kommen da 14 Ampere pro Meter wäre die Gesamt Zeltstärke, die man sieht und das wäre eben die Länge dieses Vektors hier, die Länge dieses Zeigers, wenn das jetzt eine komplexe Zahl wäre, ist aber keine komplexe Zahl. Okay, das war jetzt die Lösung der Aufgabe C, ähm, grafisch und rechnerisch und jetzt bleiben noch diese beiden Aufgaben hier über und die nehme ich jetzt in Rot, auch wenn das nicht falsch ist, für D und für E, ähm, welche Kraft wird zwischen diesen beiden Leitern ausgeübt oder welche Kraft übt der eine Leiter auf den anderen Leiter aus und das ist natürlich die Kraft, die auch in die entgegengesetzte Richtung wirkt, so, und um die jetzt auszurechnen, braucht man, ähm, ja, wieder so eine kleine Formel und das ist die Lorenzkraft und die steckt auch drin in der Definition des Amperes, weil das Ampere war mal so definiert, dass man eben zwei Leiter nimmt, da jeweils den Strom durchschickt und dann, wenn die in einem Meter Abstand voneinander sind, dann haben die pro Meter Leiterlänge eben eine bestimmte Kraft von 2 mal 10 hoch minus 7 Newton und wenn der Strom in die gleiche Richtung fließt, sieht man, dann ziehen sich die beiden Leiter an, wenn der Strom in eine entgegengesetzte Richtung fließen würde, dann würden sich die beiden Leiter voneinander abstoßen und diese Kraft, die heißt eben Lorenzkraft und auf dem Wikipedia-Artikel für die Lorenzkraft gibt es auch eine Formel zum Glück für die Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern und die kopiere ich mir jetzt hier einfach raus und füge die ein in mein in mein Pad da ist sie für den Aufgabenteil D und E so und tja, letztendlich muss man jetzt hier nichts anderes machen als einfach die Werte einsetzen, also die Länge ist die Leiterlänge, das µ brauchen wir noch die beiden Ströme, die da fließen und der Abstand zwischen diesen beiden Leitern und es ist ja gefragt zwischen eins und zwei und zwischen zwei und drei also das ist einmal der vertikale Abstand und einmal der horizontale Abstand den wir jetzt brauchen, da müssen wir gar nichts weiter ausrechnen, das µ braucht man noch als Zahlenwert, das µ kann man in ziemlich guter Näherung hinschreiben als vier mal Pi mal zehn hoch minus sieben und dann hat das die Einheit Voltsekunden pro Ampermeter früher als das als diese Amperedefinition so war, war das auch genauso definiert vor ein paar Jahren wurden ja die SI Einheiten nochmal umdefiniert seitdem hat das ist das praktisch wieder eine Messgröße und keine definierte Größe hat aber trotzdem natürlich irgendwie so jetzt für für unsere Genauigkeit so ziemlich genau diesen Wert und eigentlich müssen wir jetzt nichts anderes machen als das hier einsetzen und was ich vielleicht noch ein bisschen machen kann vorher bevor ich das jetzt rechne in oder bevor ich die Zahlenrechnung in Octave natürlich mache ist mal so eine kleine Einheitenprobe eine kleine Einheitenbetrachtung zu machen also wir setzen eine Länge ein die hat die Einheit Meter wir setzen dieses µ ein das hat Voltsekunden pro Ampermeter und wir setzen zwei Ströme ein die bringen uns jeweils ein Ampere und nochmal ein Ampere und wir setzen diesen Abstand ein der bringt uns nochmal einen Meter und tja was soll rauskommen meine Kraft eine Kraft hat eigentlich die Einheit Newton also irgendwie wollen wir mal auf eine Kraft kommen und die Kraft hat die Einheit schreibe ich da noch eine Eins davor ich schreibe eine Eins davor so ein Newton tja und jetzt kann man sich überlegen okay wie kann ich in dieses Newton schreiben und also Einheiten die einem dann vielleicht noch so einfallen ist die Einheit mit einer Energie oder einer Arbeit das ist ja ein Joule und ein Joule ist das gleiche wie ein Newtonmeter ja weil Kraft mal Weg ergibt eine Energie oder ergibt eine Arbeit Newtonmeter ergibt Joule also ich kann auch einen Newton schreiben als ein Joule pro Meter so und dann gibt es ja noch so ein paar physikalische Größen die man so kennt also zum Beispiel eine Leistung und eine Leistung hat die Einheit Watt und ein Watt ist ein Joule pro Sekunde weil Leistung ist Arbeit pro Zeit und das heißt wenn ich das Sekunden hier mal hoch multipliziere kann ich ein Joule auch schreiben als Wattsekunde eine Wattsekunde pro Meter ist das immer noch das gleiche wie ein Newton und jetzt kann man das Watt aber auch schreiben als ein Volt mal Ampere weil U mal I in der Elektrik das ist sozusagen oder allgemeine Leistung mechanische Leistung vielleicht eher oder da eher genutzt diese Formel das ist elektrische Leistung also statt des Watt kann ich auch ein Volt Ampere schreiben also haben wir Volt Ampere Sekunden pro Meter das ist ergibt uns auch ein Newton so und dann sieht man eigentlich sind wir schon eigentlich sind wir jetzt schon fertig also wir kürzen ein Ampere gegen ein Ampere und wir kürzen ein Meter gegen ein Meter und das was dann überbleibt ist interessanterweise eben genau Volt Sekunden Ampere pro Meter und das ist also das Volt mal Ampere ergibt ein Watt dann haben wir Wattsekunden pro Meter die Wattsekunde ergibt genau ein Joule pro Meter und ein Joule pro Meter ergibt eben genau ein Newton und das ist die Kraft die wir hier haben wollen so und das heißt ich setze jetzt einfach diese ganzen Zahlenwerte ein in Octave und rechne das aus in den entsprechenden Grundeinheiten und wir brauchen eine Länge die ist ein Meter wir brauchen dieses µ0 das sind 4 mal Pi mal 1 E minus 7 das sind 10 hoch minus 7 ähm eine brauchen wir nicht also es gibt dann ergibt diesen Zahlenwert den findet man auch in der Wikipedia 1,256 mal 10 hoch minus 6 so dann die Ströme haben wir schon und den Abstand setze ich jetzt am besten einfach so ein und dann können wir eben ausrechnen die Kraft F1 2 schieb das mal ein bisschen rüber dass die Skizze nochmal sehe also das ist jetzt die Kraft zwischen diesen beiden Leitern also die ergibt sich jetzt brauche ich doch die Formel also Länge mal µ0 mal den Strom I1 mal den Strom I2 geteilt durch 2 mal Pi mal r und das r sind 0,4 Meter das ist der vertikale Abstand 40 Zentimeter der der hier steht an an dieser Stelle hier so und das sollte uns eine Kraft ergeben in Newton und die rechnen wir jetzt aus und das sind ziemlich wenig also es sind immer ziemlich wenig das sieht man hier auch an dieser an der Ampere Definition 1 Ampere 1 Ampere 1 Meter macht irgendwie 10 hoch minus 7 jetzt haben wir ein bisschen mehr Strom ein bisschen weniger Abstand aber also viel viel mehr Kraft kann das jetzt in dem Fall eben auch nicht werden ich rechne das mal noch mal 1 E3 um das in Millinewton umzurechnen sind das 0,3 Millinewton also das sind 0,3 Millinewton und da die beiden Leiter von dem Strom in gleiche Richtung durchflossen werden ist das eine anziehende Kraft und genau auf die gleiche Art und Weise kann man jetzt noch das F 2 3 ausrechnen die Kraft die hier unten zwischen wirkt ich schreibe das jetzt mal ohne diesen Strich hier hin oder ohne diesen Pfeil drüber das soll jetzt nur der Betrag dieses Vektors sein ist ja eigentlich nach dem Vektor gefragt anziehend und hier ist das ja in unterschiedliche Richtungen also das wird am Ende abstoßend sein und bevor ich das hinschreibe rechne ich aber erstmal den Zahlenwert aus also ich brauche die Formel von vorher erinnere das in ein F 2 3 dann brauche ich den Strom 2 und den Strom 3 und der Abstand zwischen diesen beiden Leitern sind 0,6 Meter und das einfach alles eingesetzt und ausgerechnet und vielleicht auch diese Kraft nochmal mal 1000 gerechnet um Millinuten umzurechnen sind das 0,57 Millinuten und die sind jetzt abstoßend weil der Strom in unterschiedliche Richtungen fließt so und das sollte dann und ist hoffentlich eine wunderschöne Lösung dieser Aufgabe hier zum Thema Magnetfeld Wunderschöne ist eine das ist 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 das das leitere das